ja Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft GOMESERVER Ja so nenne ich es einfach mal wir spielen heute RAGE MODE äh meine erste Runde meine... keine Ahnung, ganz schön fehlte ähm meine erste... ne, 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 doch nicht meine erste Runde, meine zweite Runde Oh, warte, 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 warte Oh, okay Oh, okay Das war ich Ja, ach was, ich hab das gesehen Ja, das Prinzip ist eigentlich ganz leicht Willig? Das ist ein COD-Map Ja, sind alles COD-Maps, werden hier nur gespielt äh, das ist MW3 Oh, ja, oder MW3, ich wurde... Steck von Max Blitz Rrrr Gefährlich Ich hab darauf gefunden, ein Messer schildert auch so... Nein, das muss ich auch schon Später Joa, das ist die Tür ist eigentlich ganz leicht Man ist oben, der Gegner wird gut explodiert Max Blitz hat Monsterfighter getötet Ähm, versuch mal mit der Combat-Axe... Ich bin nicht letzter, ich hab null Punkte, hallo? Wo? Ja, aber andere auch noch null Möglichen mit der Combat-Axe töten Wieso? Weil das dir Punkte gibt und das fällt Der damit verliert sogar der Gegnerpunkte Oh, sorry, dass ich hab, ich übrigens immer noch mit dem normalen Textepeck-Wähler, aber... Ja Ja, ich... Wenn ich auch mir würde, ich würde euch auch damit quälen Ich hab dich auch getroffen, muss ich Rechtsklick mit der Schere machen? Also, also mit dem Nein? Ich weiß das selber auch nicht so genau mit Nein Ne, ich glaub, eigentlich hat eine Fünfer-Killstreak Ja, alter je Ich hab 30 Punkte verloren, schreit Ich hab 50 Punkte nur noch Nein Ach, ich hab mich versprochen Man verliert 50 Ich hab ihn doch getötet Ähm, der Pfeil braucht immer noch ein bisschen Zeit bis Scheiße, ich wollte gerade Oh Mann, ich hab... Ich glaub ich werde null Punkte behalten Ich hab 50 Punkte, ich bin grad richtig schlecht scheiße H Mann, wieso wurde ich auch mit einer Combat-Axe getroffen, warum? ja ich hab dich getötet ich habe einfach nur rechtlich gespammt tode fünf kills einer punkte 25 cool ich freue mich so ich habe ihn sein okay mit der combat axe abgeworfen wir auch dass nur ein punkte ja das ist ein punkte ich bin zweiter zu suchen wieder drin ja und das wird und ich bin zwar so nicht nur zu ich hab dich mit der combat axe getroffen älter so und ja ich bin erster oder die doch nicht ich hab acht ich hab magste blitzen mit ich hab mag so blitzen mit einer combat axe die schuldig dass der das mir hilft weiter aufzusteigen um ich war gerade an einem gespräch verwickelt gleich schlecht der ist richtig gut aber ich bin zweiter das ist nicht gut 80 punkte ich glaube ich sollte nur noch mit der komplex die ganze drum werfen denn ja aber man hat leider nur eine das ist ein COD auch so ich weiß aber die kann man immer wieder auf echt ich höre hier nur ja komm, ex 110 punkte k und der schnapp st wieder ist schlecht 160 punkte 30 sich ja ich habe aber 160 ist dass jemanden getötet der auf kamorten und da auch noch mit der kommentar ja es war die solche ich bin der blitz ist gestorben als ich freu mich vielleicht wenn ich sogar noch ein Leben ist nicht ich werde mich erst mal 50 Punkte der andere zu 50 255 55 ist du er scheint oder nee, Spaß sonst hätte ich jetzt schon 85 Punkte ähm, nein, ähm, mit ner Korbett oh mit ner Korbettax oder? na komm mit X ah, schade mit ner Korbettax mit 5 Punkte doch. Ich hoffe, du verlierst. Ey, jetzt bin es vorbei. Ich bin Zweiter. Nächste Runde, Alter. Noch eine Runde. Jetzt werde ich durchdrehen. Ja, zwei Runden machen wir in dieser Folge. Mach dich sowas von kaputt. Ich werde nicht aufkommen werden. Das schwöre ich auf. Du das. Die falschen Zähne meiner Oma. Ja, okay. Hm, hart, oder? Er im 17 wieder? Ne, äh, 9 sind, ne, ist nur ein Platz frei. Komm, er im 17 nicht drin. Er im 17. Äh, 17, wo nur einer drin. Ja, ich, ich, hier. Doch, komm, die schon gleich alles noch einer drin. Hier sind jetzt wieder ganz viele. Ja, gut, wir sind vier. Und jetzt, wer kommt hier, wo Jump One Meister leben? Na, scheiße, ich hätte das fast geschafft. Was ist Jump One? Auf den zweiten Plack, zum Block zu kommen. Guck mal, wo ich schon bin. Ich komme noch nicht mit mir auf den zweiten Block. Alter, hier, ich bin kurz beim letzten Sprung hier. Ich baue den Block und die ab. Gibt ganz nicht. Wui. Okay, soll ich etwa von hier von der Leiterstehne oder von diesem Grafblock? Ähm. Von da. Von hier? Ja, okay. Na! Das geht auch gar nicht. Ey, es kommt vielleicht Hijacked dran. Hijacked? Das ist ein Black of Swimap. Ich war ein. Jukta, ich finde dich geil. Jukta habe ich mal gespielt. In 60 Sekunden. Das ist klappt. Wie kann man denn voten? Ich weiß gar nicht. Ich habe das auch noch nicht herausgefunden. Ich habe immer übergesucht schon. Ich finde irgendwie nichts vom Voten. Vielleicht gibt es auch nur die Premium oder so. Ich weiß es nicht. Das würde mich echt mal interessieren. Ach, schade. Nicht Slash Vote. Slash Vote Map steht doch drüber. Slash Vote. Map. So ist Slash Vote. Geht nicht mehr. Rotting beendet. Ja. Ja, ich bin heute Kult. Ich mag die Welt vor Gärmeinheitlich. Ich mag es in Black Ops. Ja. Es kommen aber keine Videos von Black Ops auf den Kanal, glaube ich. Brauchen Sie mehr. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich mache keine Videos von Black Ops auf den Kanal. Und Kill Nummer 1 für Leon. Seltsin wird das geil so richtig. Haha, komm mit Ex-Gerchen mal. Echt? Ja. Fuck. Ich werde dich rechnen. Was? Das war mein Kill. Das sieht so scheiße aus, ey. Fuck. Ich glaube, mein Ex-Gerchen sieht so heiß wie aus. Aber ich bin ein bisschen abgebaut. Nein, der ist ja noch gar nicht tot. Ah, 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 ah. Hab ich schon 100 Punkte, Alter. Ja. Ich schlafe. Ich sehe meinen Arm lang. Ich weiß nicht. Ich habe mir noch eine Ex-Gerchen. Ich habe noch einen da. Kommt mir. Minus 50 Punkte? Ja, komm mal da. Ich bin letztlich, ich hab 10 Punkte. Oh Mann, ich wollte dich mit der Combat Ex töten. Wicht? Ja, Combat Ex kill. Ich hab wenigstens 40 Punkte. Haha! Yeah. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Nein, 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 nein. Uwaaa. Hade. Lappen. Soe die Lappen ist immer. ja immer die Lappen wieso habe ich noch 45 Punkt ich würde ich bin aber ja es ist ich wurde von der Komitex getötet während ich jemandem in der Komitex getötet Echt ja ich habe gar nichts los ich glaube ich werde auch noch das muss ich sein ich werde aber nicht der Mann wird schon weiter Nein ich wollte gerade der Komitex töten die Echt nur noch ich habe dich gerade gesehen ich habe die ich habe nachvollziehen er hat er hat Leon? Ja. Wegen hab ich wieder... Ja, falsche Taste mit der Kompendex gedrückt. Echt? Ja, ich hab links nicht gemacht. Ich bin so schlecht. Nein, mit der Kompendex! Ich hab null. Nein, du Mongo! Ich wollt nicht... Ich will nicht letzter... Lass mich in Ruhe! Ich werde gespawnt und getötet. Ich werde gespawnt und getötet! Ja, genau! So werde ich einfach an dieser Stelle gespawnt. Ach, genau! Oh, danke! Ich werde nicht da gespawnt. Gut. Ich habe schon wieder die falsche Taste gedrückt! können wir nicht mehr. Da seid ihr nicht mehr. Ihr habt schon mal weg! Ich werde ihm noch mal weg! Ich werde ihn noch mal weg! Was soll ich? Ich will dich schon wieder nicht von meiner Komplik zu treffen! Oh...! Ich treffe ihn nicht! Man kann, ich mach's nicht mehr! Das ist einfach... dann wird sich hab zu dir! und auch gut und nicht er sollte sagen wie viel und ich mache ich werde noch nicht angeben 30 weil ich noch mal so verhindert gespawnt und getötet ey, komm, ey, ey oh, man hat sich wieder gespawnt oh, nein komm, 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 komm man wird uns wieder aufhören gar nicht, wenn man es richtig läuft ja minus 50 ja, jetzt hab ich wieder 5 Punkte ja, gespawnt und getötet au ja, 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 ja ja, ja, ja ja, ja, ja ja, 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 ja komm her komm her oh traurige Geschichte oder ich werde trafen nein 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 mit einer Combat Axe Treffen aber jetzt hab ich dein Killer mit einer Combat Axe Treffen 8,5 echt? immer wenn du Combat Axe Treffen musst du immer so ein Bling bling ja ja 11 11 ich hab so viele Pfeile gespänt ich bin dritter Scheiße wenn du nur 435 Punkte hast ja ja wie viel hatte der erste? 570 570 oh schau ja, GG, ne naja, TGG good game, Alter ja, das war auf alle Fälle eine geile weitere Folge Rage Mode wieso weitere? wir haben noch keine gemacht ach ja, oh ja ok, das war's dann ciao bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal ��요 ciao ciao Vielen Dank.